Da es Nachfragen gibt, wie das Abzugsgewicht bei unseren Repetieren gemessen wird, zeigen wir euch das in diesem kurzen Video. Mit einer Federwaage, die mittig am Abzugszüngel angelegt wird, ziehen wir an gespannter Waffe rechtwinklig zum Drehpunkt des Abzuges in Richtung Oberkante Schaftbacke, bis der Abzug auslöst. Der Abzug sollte bei etwa 800 Gramm auslösen.